Herzlich willkommen zur 99. Folge von Verhundert. Heute haben wir den 3.11.2018 und von vor 100 Jahren haben wir den... 3.11.1918. Und hier ist der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Ja, Schnappsal. Schnappsal und auch die zweite Folge vor dem großen Unbekannten. Pam, pam, pam. Ja, es ist so, wir sind apokalyptisch, aber ich finde, wir haben auch Anlass dazu. Die Folge gliedert sich in den Hausmeisterthemen, begrenzt auch zwei Minuten, daher Podcaster reden gerne über sich selber etc. Mach weiter. Und danach die Ereignisse von vor 100 Jahren und den Totholz-Teil. Wobei wir gleich sagen, der Totholz-Teil ist heute sehr, sehr lang und besteht nur aus Harald Graf Kessler. Es ist aber auch viel passiert. Ja, es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit mit sehr vielen Ereignissen. Das haben wir schon oft gesagt, das trifft aber diesmal besonders zu. Ja, ich meine, man muss auch dazu sagen, Folge 100 erscheint in acht Tagen und in diesen acht Tagen passiert auch noch mal eine Menge. Danach passiert auch noch was, nur wir müssen einfach irgendwo aufhören. Warum, weshalb, wieso, erklären wir in der letzten Folge, der hundertsten Folge von Warhundert-Podcast. Die wird besonders lang sein. Die wird sehr, sehr lang sein. Starte nochmal deine Eieruhr, bitte. Ich starte die Eieruhr, begrenzt auf zwei Minuten. So, wo sind wir heute, Luis? Wir sind in meiner Wohnung und Steffen sitzt unter der alten DDR-Lampe, die im Keller keiner haben wollte. Wo drauf stand, bitte nehme ich mit und ich habe sie mitgenommen. Du hast noch die Glühlampe ausgetauscht? Ja, genau. Ich habe gerade reingeguckt und sehe jetzt nur noch Punkte. Wir trinken Bier. Ja, wir haben noch eine Minute 40, Luis. Ja, das muss man auch sagen. Ansonsten, du warst sauer auf mich und das, wir sagen nicht warum, ich sage nur zu Recht. Ja, das haben wir auch geklärt. Haben wir geklärt. Da mussten wir erstmal ein bisschen, also ja, okay, Thema alledig, weiter geht's. Und wir sind seit Wochen dabei, Folge 100 vorzubereiten. Ja, seit Wochen. Es ist sehr viel Aufwand dabei. Die Folge wird doch sehr, sehr lange dauern. Ja, aber gut, wenn man ein Jahr nicht sendet, kann man mal eine lange Folge machen. Also wir treffen uns auch diesmal an zwei Terminen und nehmen an zwei Terminen auf, aus zu Recht, aus Gründen. Genau, und ich meine, du hast akademisch gerade Hochbelastung und ich habe angefangen, Chinesisch zu lernen. Es werden auf jeden Fall spannende Tage bis zum 11. November für uns beide. Und dann ist erstmal Ruhe und ich muss auch sagen, ich freue mich auch schon ein bisschen drauf. Ich brauche das auch. Wir haben auch diesmal keine Sommerpause gehabt, wir haben ja durchgezogen. Wir haben das Jahr durchgezogen. Wie gesagt, wir haben vor vier Jahren diesen Plan aufgestellt, jedes Jahr 20 Folgen in diesem Zehnerstafel. Wir haben das eigentlich, wir haben das voll durchgezogen. Wir haben, glaube ich, dreimal um eine Woche verschoben oder sowas. Das war es auch. Ja, maximal. Und ich habe jetzt, so sehr ich diesen Podcast mag, bei mir sind die Lücken zu, es reicht. Ja, also wie gesagt, der Plan, wir haben noch 23 Sekunden. Der Plan ist ja, wie gesagt, das kann man auch nochmal wiederholen, die 100. Folge. Dann ist auf jeden Fall ein Jahr Pause und dann kommt auf jeden Fall eine Folge raus, in der wir sagen, ob wir weitermachen und wenn ja, wie wir weitermachen. Und die Folge geht auch nicht drei Minuten, also wir werden in dieser Folge Mehrwert generieren. Wenn ihr das mögt, was ihr hört, bitte nicht abonnieren. Nicht deabonnieren, meinst du? Wenn wir nicht deabonnieren, falls ihr nach dem Jahr dann wirklich aufhören, sagen wir das auch. Und damit sind die zwei Minuten auch vorbei. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Meldungen heute vor 100 Jahren. Ja, kommen wir zu den Ereignissen von 100 Jahren. Normalerweise gliedert Steffen die Meldungen im Übersystem. Dieses Mal habe ich das gemacht. Vielen Dank, Luis. Daumen, ich hoffe, die Gliederung fülle deinen Zuspruch. Erster Punkt wäre Österreich-Ungarn. Also wir haben das so, wir gehen jetzt alle wichtigen Mittelmechternationen durch. Österreich-Ungarn, deutsches Reich, osmanisches Reich. Vorsichtig gesagt, es passiert viel. Beginnen wir mit Österreich-Ungarn. Du hast gebeten, dass ich durch Österreich-Ungarn führe. Ja, ich kenne mich ja geografisch, politisch nicht so gut in Österreich-Ungarn aus wie du. Ja, jetzt ist, okay, wir lassen das jetzt hier so stehen. Lieber Luis, was passiert denn gerade vor 100 Jahren in Österreich-Ungarn? Und zwar, es gibt in Wien eine Sitzung der deutschsprachigen Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Und die haben eine provisorische Nationalversammlung für Deutsch-Österreich eröffnet. Und die proklamieren, dass es einen deutsch-österreichischen Staat geben soll. Der erste Präsident ist der deutschnationale Franz Dinghofer. Einfach, das Kartenhaus fällt zusammen und eine der Karten in diesem Haus ist das deutsch-österreichische Teil. Und die sagen, wir wollen unseren eigenen Staat haben. Ja, ja. Finde ich interessant in der Hinsicht, dass ja diese Frage, also für uns ist ja klar, Deutschland, deutsches Reich, also was so dazugehört und nicht, ist uns heute so 100 Jahre später ja klar, was zu Deutschland gehört. Aber wenn man mal 100 Jahre zurückgeht, da hat man wieder dieses Phänomen, dass manche sagen, nee, es gibt halt Deutsch-Österreich, das ist eine Einheit. Das finde ich, das ist da in dieser Meldung auch so ein bisschen mit drin. Ja, aber Deutsch-Österreich heißt, es sind die deutschsprachigen Teile von Österreich-Ungarn, die wollen schon ihren eigenen Staat, der nicht zugehörig ist zum Deutschen Reich. Gut, ich habe es nicht verstanden, es geht um den deutschsprachigen Teil von Österreich-Ungarn. Nee, ist aber gut, dass du das sagst, weil dann, also genau, also die deutschsprachigen Österreich-Ungarn wollen ihren eigenen Staat und alle wollen ihren eigenen Staat. Die Tschechen, die Ungarn, die Bosnien, die Slowenien, was halt bemerkenswert ist, die deutschen Sprachigen sind eine Minderheit, ungefähr 15 Prozent der Gesamtbevölkerung, die haben aber kulturell das Sagen. Das sind die Elite dieses Staates und selbst die wollen ihren eigenen Staat. Das betont nochmal umso mehr, dass dieses Gebilde gerade sehr, sehr in Frage gestellt wird. Der Flickenteppich von Österreich-Ungarn. Ja, wenn sogar die Deutschen, die, die ja eigentlich vermeintlich eher die Gewinner sind in diesem Gebilde, wenn die sogar sagen, also die deutschsprachigen, nicht die, ja, die deutschsprachigen. Nicht die Deutschen. Wir sagen, wir nennen sie einfach, wenn die Österreicher sagen, wir wollen, wir wollen nicht mehr damit rein oder wichtige Teile davon, dann ist dieser, hat dieser Staat doch ein hebliches Problem. Und außerdem hat Karl I., der neue junge Kaiser, nochmal ein Telegramm an den Kaiser Wilhelm II. gestellt und sagt, das Bündnis wird aufgelöst. Ja, das ist, finde ich, die größte Meldung jetzt mit Österreich-Ungarns betreffend, finde ich, wobei danach auch nochmal ein großes Ereignis kommt. Das Bündnis Deutschland, Deutsches Reich, Österreich-Ungarn wird aufgegeben, Kriegseintritt 1914, das Deutsche Reich hat ja letztendlich zum Blankoschake ausgegeben. Liebe Lungentreue. Ja, und jetzt sagt Österreich-Ungarn, die damals vor vier Jahren gesagt haben, bitte Unterstützung sagen, wir kündigen dieses Bündnis auf. Ja. Starke Sache. Absolut. Und nicht nur das, Kaiser Karl I. entbindet die ungarische Regierung ihres Treueeides. Krasse Sache. Es war ja damals auch dieses, da kommt ja auch dieses Kaiserlich und Königliche, dieses K und K. Weil es ja auch immer um Ungarn mitging. König von Ungarn. Ja. Und jetzt sagt er, Österreich-Ungarn, liebe Ungarn, ich entbinde euch eures Treueeides. Ja, man merkt, die Eliten haben Angst vor ihrer eigenen Bevölkerung, weil in Berlin, auch in Paris und auch in Wien, gehen die Angst vor der bolschewistischen Revolution. Die haben da ganz große Angst und ja, wir haben große Umbrüche. Ja. Kommen wir zum Deutschen Reich. Ähm, genau. Da haben wir ja letzte Folge schon gehabt. Und zwar, es gibt einige Gespräche mit Wutu Wilson und Friedensgespräche und vor allem geht es da auch um den uneingeschränkten U-Boot-Krieg oder ging es vor allem. Wutu Wilson möchte, dass das Deutsche Reich ja diesen uneingeschränkten U-Boot-Krieg aufgibt und das hat auch das Deutsche Reich bekannt gegeben. Und jetzt gibt es ja nicht nur U-Boote auf Seiten des Deutschen Reiches, sondern es gibt natürlich auch noch eine sehr große, nicht sehr kleine Flotte, die da an den deutschen Küsten, also schon seit einigen Jahren im Hafen liegt. Die Hochzee-Flotte. Wirklich liegt und zwar seit der Schlacht von Skagerak. Das war sozusagen mit der letzte größte Schlacht, die es gab und seitdem haben die da mehr oder weniger nichts mehr zu tun. Ja und die Flotte ist sehr groß, also die ist mit der modernsten und kräftigsten Flotte der Welt, hat natürlich zahlenmäßig keine Chance gegen England, Frankreich und Amerika kombiniert. Man muss dazu aber sagen, dass die Größenordnung der deutschen Flotte ungefähr die der französischen entspricht und so 50, 60 Prozent die der britischen ist trotzdem eine hochmoderne Flotte und die war sehr teuer und die hat England negativ beeinflusst, weil damit war das Deutsche Reich ein Konflikt auf den Welt, nicht ein Konflikt, ein Feind für England auf den Weltmeeren. Konkurrent. Oder ein Konkurrent und das hat maßgeblich auch England auf die feindliche Seite in diesem Weltkrieg gebracht. Genau und wir haben es letztes Mal gesagt, der U-Boot-Krieg, der Uneingeschränkte sollte jetzt, wurde beschlossen von der deutschen Regierung, dass der aufgehoben wird. Ja. Sehr zur Missgunst der Befehlshaber, der militärischen Befehlshaber und die kommen jetzt auf die Idee, also Ende Oktober, dass man nochmal so eine Art Endschlacht machen sollte. Man sollte die Hochseeflotte nochmal auslaufen lassen, zwar nicht die U-Boote, sondern die, die dann auch in den Hafenhäfen liegen. Also die Schiffe über Wasser. Und die sollen nochmal aus der Aufschiffen und sozusagen, auch wenn es vielleicht ein Weg in den Tod ist, sollen sie nochmal um Ehre kämpfen und um Ruhm. Richtig, weil die haben ja nichts gemacht und kriegen auch Vorwürfe, dass sie sich nicht an diesem Kampf beteiligen, keine Verluste erleiden. Und die adelige Führung der Marine, die haben ein sehr elitäres Verständnis von ihrer Profession und das nagt an denen, dass die sozusagen nicht in diesem Krieg mit eintreten. So haben die damals wirklich gedacht und nur um diese Ehre willen, um die Ehre der Flotte zu bewahren, wollen die jetzt diese Schlacht führen. Das war diese alte ständische Denkweise, die hier nochmal zum Tragen kommt. Ja, und da kommt es jetzt vor allem in Wilhelmshaven und auch in Kiel, kommt es zu den Matrosenaufständen. Da möchte ich auch gerne nochmal oder wollen wir hinweisen, es gibt eine sehr schöne Folge von Vrind, und zwar die Geschichte Vrind, verlinken wir auch auf unserer Seite, wo sie sich über den Kieler Matrosenaufstand, also wo sie den behandeln, 20 Minuten lang. Das ist sau wichtig, das ist in der gleichen Liga der Wichtigkeit, wie die Oktoberavolution in Russland, wie das Attentat in Sarajevo, dieser Aufstand ist sau wichtig, sau entscheidend und er beginnt am Tag der Erscheinung dieser Folge. Wenn ihr die Folge hört, sobald sie erscheint, am Samstag, am 3.11., dann ist das der Tag, der Jahrestag, der 100. Jahrestag des Kieler Matrosenaufstands. Wir hätten das nicht besser planen können. Genau, und wie gesagt, hört euch bitte die Vrind-Folge an. Wir würden auf diese Folge gerne verweisen, dieser Stelle. Außerdem, aus unserer Sicht passiert der Rest erst in der Zukunft. Wir werden nochmal in der 100. Folge, und zwar die am 11.11., das ist schon nächste Woche, und das ist auch die letzte Folge im klassischen 100-Podcast. Danach ist ein Jahr Pause, definitiv, und wir können nicht sagen, wie es dann weitergeht, nur dass es mindestens eine Folge gibt. Das ist auch nochmal, um das wirklich klarzustellen. Eine Folge, ein Jahr Stille, die wir auch brauchen. So, dann passiert noch viel, viel, viel mehr im Deutschen Reich. Wir haben ja den zunehmenden Prozess der Demokratisierung, um halt diese Revolution abzuwenden und um Wutro Wilson ein Bonbon vor die Füße zu schmeißen, was er hoffentlich aufhebt. Ja, da fand ich auch die Meldungen hier sehr, sehr, also interessant. Und zwar, es gab ja, es gibt ja hin und her mit der deutschen Regierung und Wutro Wilson, es gibt einen Austausch über die Friedensverhandlungen und so weiter. Und da ist auch genau das, was Harika Kessler sagt, er ist jetzt sozusagen der Diktator der Welt, er entscheidet, zu welchen Bedingungen es Frieden gibt. Ja, du bist dran. Und da finde ich, da war hier eine Meldung sehr interessant in meinen Augen, und zwar, dass Wutro Wilson Ende Oktober schreibt, er antwortet er mal wieder und sagt, er hatte ja gefordert, dass es jetzt im Deutschen Reich eine Demokratisierung geben sollte. Und das Deutsche Reich, das antwortet daraufhin, jetzt Ende Oktober und sagt, das ist schon längst geschehen. Im Deutschen Reich gibt es eine Demokratisierung. Das Volk kann bereits abstimmen, so wie es jetzt ist in dem System. Wir sehen, das bereits erfüllt. Ja, kann man machen, wenn man der Stärkere ist, sollte man lassen, wenn man der Schwächere ist und was erreichen will. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so, also, ob das wirklich so eine Art Macht und Macht, also, so eine Art, in der Verhandlung möchte ich meine Macht demonstrieren, Zeichen ist, sondern ob das nicht eher Unwissenheit ist und Demokratieverständnis. Ich kann mir das eher vorstellen, auch, dass, Louis Schüttel, heftig den Kopf, in meinen Augen ist es vielleicht doch so eine Art, ich bringe das jetzt trotzdem zu Ende, das ist unser Verständnis von Demokratie. Nein. Warum nicht? Also, dazu würde ich gleich auf den Harry K. Kessler-Teil verweisen. Meiner Überzeugung nach ist das nicht der Fall. Die in Berlin wissen ganz genau, was los ist. Die wissen ganz genau, die Katastrophe ist unabwendbar, das Land ist an der Klippe zur Revolution, es kann sogar sein, dass der Kommunismus in Deutschland einführt und die wissen das und die wissen auch, was Rudrow Wilson genau will. Und das erste wäre die Abdankung des Kaisers und danach geheime, allgemeine, gleiche Wahl, nicht dieses ständische Wahlrecht und das wissen die ganz genau. Und diese Antwort kann man nur erklären aus politischen Abstimmungsproblemen. Was passiert, wenn man ganz viele Meinungen hat in der Politik? Es gibt einen Kompromiss, wo immer alle verlieren und das klingt für mich nach so einer Kompromissmeldung, dass man sich nicht einigen konnte, was man antwortet und man kauft sich erstmal nur Zeit und schöne Zeit raus, indem man zwar sofort antwortet, aber mit dieser sehr unbefriedigenden Antwort, weil auch was anderes konnte man sich nicht einigen. Das wäre jetzt meine These, die ich auch ohne Beweise zu haben in den Raum stellen würde. Das akzeptiere ich auch, klingt sehr schlüssig. Ich bin gespannt auf den Harry-Graf-Tessler-Teil, der heute ja wohl etwas länger dauern wird. Da wird es ausführlich nochmal drauf eingegangen, ja. Aber auf Wuto Wilson antwortet darauf hin, nee, nee, nee Leute, das ist so nicht, also das ist keine Demokratie. Und dann haben wir noch eine Meldung vom Kaiser, Luis, der Kaiser, was macht der denn so Ende Oktober? Und zwar, er begibt sich überraschend in das Quartier der OHL, der obersten Heeresleitung, nach Spar, das ist eine kleine Stadt in Belgien, da war ich mal, das ist ganz witzig. Er will dort die beginnende Meuterei der Flotte an der Nordsee besprechen. Ja. Ja. Ah, so viele Tage hat er nicht mehr. Ja, und ich kann auch nur wieder sagen, also Harry-Graf-Kessler und vor allen Dingen sein Chef-Stock-Konservative-Rechte-Nationale-Beamtendeutsche können das nicht nachvollziehen, dass der Kaiser so ruhig bleibt und nicht zu seinen Soldaten an die Front geht. Weil jetzt ist der Moment gekommen, wo man einen Kaiser hat und der muss jetzt was zeigen, ansonsten braucht man ihn nicht. Ja, das hatten wir letztes Mal schon erwähnt. Aber das ist der Stand von vor drei Wochen, ich kann jetzt schon sagen, der ist jetzt anders. Uh, ich bin gespannt. Dann soweit das Deutsche Reich. Wie gesagt, bitte hört euch nochmal einen Vrind an, der Kilo Matrosen-Aufstand, sehr, sehr wichtig. Aber wir haben ja noch mehr in den Mittelmächten, nämlich zum Beispiel das Osmanische Reich. Ja, da sagen wir, es geht Frieden. Das Osmanische Reich ist nicht mehr Teil dieses Krieges, die haben Waffenzustand mit der Entente in dem Frieden von Mutros geschlossen. Ja. Das Osmanische Reich zerfällt damit. Wir verweisen auch nochmal auf Lorenz von Arabien. Auch schön, ich habe letztens wieder die Folge gehört, Harald von Arabien mit unserem Hörspiel. Gut, dann haben wir noch einen, wobei das gehört jetzt nicht zu den Mittelmächten, aber ist auch eine große Gruppe, die das Deutsche Reich betrifft und zwar Polen. Heute vor 100 Jahren wird der polnische Nationalrat proklamiert. Richtig. Und leitet damit eine unabhängige Republik in Polen ein. Ja, und auch dazu hat Harry Graf Kessler verdammt viel zu sagen. Und nicht nur das zu sagen, sondern auch, das ist meiner Sicht völliger Wahnsinn. Gut, dann bin ich mal gespannt. Wir halten uns jetzt bewusst kurz und leiten über in den Totholzteil zu Harry Graf Kessler. Und nun noch ein wenig Werbung. Gefunden im Berliner Tageblatt vom 3. November 1918. Weiße Zähne durch Chlorodont. Zahnpaste in Tuben dauernd weich bleibt. Der neue BB Rasierapparat. Gebogen. Einstellbar für jeden Bart. Rosige Wangen, Liebreiz, Anmut und jugendliches Aussehen verschafft sich jede Dame in wenigen Minuten durch Anwendung von Reichertshautcreme Rosa Derma gesetzlich geschützt. Für Damen mit gleichem Tein. Preis pro Tube 2 Mark. Kronen 3. Erhältlich in allen besseren Druckerien, Parfüm- und Coufeurgeschäften oder, wo nicht erhältlich, auch direkt durch die alleinigen Fabrikanten. Kommen wir zum Totholzteil. Ich habe mitgebracht wen, Steffen? Harry Graf Kessler. Wir kennen ihn nicht. James Bond vor 100 Jahren und so weiter. Etc. 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 Spitzname hier, die alte Eude. Stimmt. Stimmt. Und du hast dir gesagt, also wir haben uns bewusst kurz gehalten in unserem V100-Teil. Denn du meintest schon, Steffen, Steffen, ich habe diesmal so viel zu erzählen. Du musst mich teilweise bremsen. Und der Harry Graf Kessler, der rastet gerade richtig aus. Der hat so viel zu erzählen. Wir probieren es mal. Ja. Luis, was hat denn der Harry Graf Kessler in sein Tagebuch geschrieben vor 100 Jahren? Was sind seine Gedanken? Also wir haben ja die Episode in seinem Leben vom 20. Oktober bis zum 3. November. In der Zeit reist er aus Bern nach Basel, von Basel nach irgendwas anderes in der Schweiz mit einem französischen Namen, den ich nicht sagen werde, nach Frankfurt am Main, nach Berlin. Ist in Berlin und fährt nach Magdeburg, ganz wichtig, dazu kommen wir noch, und fährt auch wieder nach Berlin. Also ein Traveling, nicht Salesman, aber ein Traveling Man. Und es gibt keine seitenlangen Abhandlungen über Kunst und Theater diesmal. Wow. Auch keine Gedichte über nackte Frauen? Auch das nicht. Er schreibt viel und man merkt aber auch, die Sätze werden kürzer. Also man merkt, Harry Graf Kessler ist jetzt im heißen Modus. Okay, also sein Gehirn produziert Worte. Ja, und nicht nur das, er macht auch persönlich viel. Er beobachtet nicht, sondern er ist in diesen zwei Wochen ein aktiver Akteur, auch ein aktiver Akteur, also jedenfalls ein ... Das hat man ja, also ich finde, das ist ja selten. Er ist zwar immer im Hintergrund, organisiert irgendwelche Partys und schreibt über die Toiletten der Frauen, aber so richtig aktiv werden auch, als es darum ging, da diesen einen Posten zu besetzen, hat er sich ja nicht getraut. Nee, nee, also diesmal wird sein Arsch in den Regen gestellt mit. Mensch, okay, ich bin gespannt. Das klingt schon wie so ein Showdown am Ende von vor 100. Ich hoffe, ich enttäusche hier keinen. Pam, pam, pam. Genau, ja. Okay, ich hol mal kurz das Popcorn. Ja, also wir fangen an mit dem 21. Oktober, den 20. Oktober übergehe ich. Und zwar, wir müssen erstmal nochmal ein bisschen das ... Also ich möchte gerne, ich hoffe, du stimmst mir zu, das rekapitieren, was wir gerade am Anfang der Folge nochmal mit den Meldungen erzählt haben. Tu es. Und zwar Wülzens Antwort an Österreich, 21. Oktober 1918. Zitat. Dem Präsidenten stünde es nicht mehr frei, eine einfache Autonomie dieser Völkerschaften als Friedensgrundlage anzunehmen, sondern er müsse darauf bestehen, dass diese Völkerschaften und nicht er über diejenige Richtlinie der österreich-ungarischen Regierung zu entscheiden haben, die geeignet sein wird, ihre Aspiration und ihre Auffassung von den Rechten und ihrer Bestimmung als Mitglieder der Völkerfamilie zu entsprechen. Das war jetzt also das, was Wilson an Österreich-Ungarn beschrieben hat. Das war jetzt ... Da muss man erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Harry Graf Kessler hat das treffend formuliert, Zitat, damit zerschlägt Wilson das alte Österreich und spricht ihm de facto die Existenz ab. Hier geht es darum, dass halt Österreich-Ungarn selber versucht, sich in eine Art föderalen Bundesstaat zu transformieren und irgendwas zu retten. Und Wilson lehnt das komplett ab, also quasi mit den alten Machthabern zu verhandeln und dann sagt, er möchte direkt mit den tschechischen Vertretern und den slowenischen Vertretern und den deutschsprachigen Teil von Österreich-Ungarn zu sprechen und die sollen entscheiden, wie es für sie weitergeht. Und damit ist dieser Staat aus Sicht von Wilson völlig überflüssig und Zitat, Zitat, an unseren Österreich-Ungarisch-Deutschen Tisch, wo wir noch immer zusammensitzen, noch immer, herrlich, waren Österreicher und Ungarn beim Frühstück von einer an Verzweiflung grenzenden Niedergeschlagenheit. Ja, dein Staat, du bist Österreich-Ungar, wird jetzt zerschlagen und von allem, von von Ruto Wilson, der ja auch von Harry Greif-Kessler als der Diktator gerade bezeichnet wird, wird dieser Staat als nicht mehr existent anerkannt. Jetzt sind wir immer noch in der Schweiz und er reist jetzt nach Berlin und geht nochmal zu seinem Chef, das ist der Romberg, das ist der Leiter der deutschen Gesandtschaft in Bern, der hatte 500 Beamte unter sich, ein relativ hohes Tier, zu denen geht er um Weisungen für seine Reise zu holen, Zitat, und der Romberg redet nochmal mit ihm, Zitat, der Kaiser gehöre an die Front unter seine Soldaten, unerträglich sei die Idee, dass er, ein hohen Zoller, das Idol, den Millionen zugejaucht hätten, im Sumpfe untergehe, als Jammerlappen, sich in irgendein Schloss zurückziehe. Da ist die große Angst vor der Revolution, der Zar greift nicht ein, sondern wird gekidnappt, vielleicht auch von Revolutionären und dann auch hingerichtet. Lieber soll der Kaiser anscheinend an der Front untergehen im Kampf, als von Revolutionären umgebracht zu werden. Das ist so der, anscheinend diese Ansicht. Von diesem Romberg. Ja, 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 klar. Und jetzt kommt nochmal Harry Graf Kesslers Entgegnung dazu. Ja. Also die Entgegnung von Harry Graf Kessler, niedergeschrieben von Harry Graf Kessler in seinem eigenen Tagebuch, das darf man immer nicht vergessen. Ja. Ich sagte, im Völkerbund, wenn er ehrlich durchgeführt werde, öffne sich für das deutsche Volk eine große und schöne Zukunft. Romberg meinte, im Völkerbund werde das unglückliche deutsche Volk mit seinem Mangel an politischen Sinn, seinen Fleiß und seiner Disziplin wieder dem Diener aller anderen geschickteren und beweglicheren Völker abgeben. Seine Eigenschaften, auch die guten würden ihm, wenn der Rückhalt der Macht fehle, entgegenstehen. Ich sagte, das sei Sache der Erziehung. Romberg, welche Erziehung solle man einem Folge geben, dass zwischen lauter starken Völkern eingekalt sitze? Also verstehe ich es richtig. Romberg denkt, dass das Deutsche Reich in einem Völkerbund quasi nichts zu sagen hätte, weil es gibt ja aufgrund des Krieges jetzt auch Nationen, die mit am Tisch sitzen und sehr viel stärker Mitspracherecht hätten. Und Harry Graf Kessler ist aber eher der Ansicht, das könnte wirklich Potenzial für das Deutsche Reich haben. Genau, er sagt halt Romberg, wie gesagt hast, der Völkerbund ist eine schlechte Idee für das Deutsche Reich, weil man in der Mitte sitzt und dann von den anderen ausgenutzt wird. Und Harry Graf Kessler sagt, das wäre die Chance, weiterzukommen. Ja, man müsste aber auch erstmal überlegen, ob das Deutsche Reich wirklich an einem Völkerbund teilnehmen darf, also wirklich einen Platz hätte. Es ist ja, es ist ja gezeigt, dass das nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ja, ja, das ist halt, da merkt man noch, dass die halt noch nicht alles wussten, wie es ausgeht. Ja, Zitat, auch mir scheint, wir werden in nicht allzu ferner Zeit entweder mit der Entente gegen den Bolschewismus oder mit dem Bolschewismus gegen die Entente gehen müssen. Da sind nochmal drei Seiten davor, wo sie halt ganz klar sagen, wir haben bald eine Revolution in Deutschland. Wird von allen gesehen. Ja, das wird wirklich von allen gesehen. Ich rede über mehreren Leuten und die sehen das auch. Zwei Tage später kommt nochmal die finale Sitzung, bevor er nach Deutschland fährt, am 24. Oktober 1918, Zitat, nachmittags um vier Sitzungen bei Romberg, vielleicht die folgenschwerste, an der ich im Kriege teilgenommen habe. Kapp, möchte betonen, das steht hier in diesem Buch, ist nicht unsere Meinung. Kapp, ein kleiner alter Schiefer-Jude, der eine Broschüre gegen die Autonomie des Elsass geschrieben hat, kam mit dem Auftrag, Romberg darzulegen, dass Elsass-Lothringen heute nicht mehr für Deutschland zu retten sei. Er wünscht sei daher dort eine Revolution für eine elsassisch-lothringische Neutralität nach Art Luxemburg, sonst wäre das Land französisch. Wart er gut vorausgesehen? Genau, also da geht es halt darum, die wissen, die müssen sowieso verzichten und bevor Frankreich dieses Stück Kuchen abkriegt, kann man ja versuchen, einen eigenen Staat zu gründen. Romberg und ich gingen dann zur Beratung hinaus. Ich hätte in diesem Augenblick Hertling, Bauer, den Professor Bernhard Kühlmann, alle, die an dieser Katastrophe schuld sind, ertrossen können. Romberg versuchte, seine Fassung zu bewahren, bekam aber einen durch seine Plötzlichkeit und elementaren Gewalt mich tief erschütternden Weinkrampf. Noch in großer Erregung kamen wir auf Folgendes überein. Die Zeit drängt. Juristisch begehen Romberg und ich daher Hochverrat, wenn wir die Loseisung betreiben. Ich schlug daher vor, dass wir erst nach Berlin schreiben und uns Befehle holen. Und deswegen geht er jetzt auch nach Berlin. Ähm, nochmals zu dem Kap, weil es ist der, ähm, weißt du da Näheres, welcher Kap das ist? Weil ich kenne jetzt einen Kap, der später auch geputscht, also putschen wollte. Kap Lütz-Putsch. Ja, aber das war der nicht. Das war der nicht? Okay. Das war ein, das war ein sehr zu deutscher, rechter Nazi, der. Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil du sagtest Jude, ne? Ja, das war überhaupt nicht. Das ist halt auch diese Sprache, 100 Jahre altes Sprache aus diesem Tagebuch, das erschüttert einen manchmal doch, wenn man sowas liest. Okay. Gut, nee, das hätte mich jetzt nämlich gewundert, dass er auch jüdisch gewesen wäre. Ja. Aber gut. Jedenfalls, also diese Beamten da in der Schweiz, die weinen jetzt und sehen alle Fälle da vollschwimmen. Ja, die sitzen, also die hast du ja auch hart getroffen, ne? Also die sitzen da schwer mit ihrem Whiskyglas beim Lagerfeuer, Kaminfeuer und debattieren über, sehr hochphilosophisch über die Zukunft des Deutschen Reiches. Kann man schon. Ja, klar, denen geht es schon gut. Gut, aber gut, also jedenfalls braucht er jetzt weitere Weisungen aus Berlin und macht sich jetzt also mit dem nächsten Zug wahrscheinlich im Morgengrauen auf nach Berlin. Genau. Zitat. Und die haben jetzt eine Diskussion und die haben sozusagen die Argumente für den bedingungslosen Waffenstillstand und dagegen kurz priorisiert. Findest du das interessant? Ja, sag mal, wie sieht das so aus bei denen? Folgendes steht also gegenüber. Annahme Nasses. 1. 1. 2. 3. 3. 4. Ich finde, das sind sehr treffende Punkte, vor allem zu der militärischen Situation. Es ist gerade vor 100 Jahren so, auch das lese ich auch in diesen Zeitzeugen berichten, dass die Briten und Amerikaner immer mehr Vorstöße machen und die Deutschen, die geben mittlerweile einfach nur noch auf. Es ist also, selbst wenn man jetzt noch die militärische Linie einigermaßen halten könnte, es fehlt einfach auch an Ausrüstung, weil jetzt auch durch diese ganzen Vorstöße die Kanonen ja auch teilweise eingenommen wurden. Also, das kann man ja nicht mal eben von heute auf morgen neu produzieren und an die Front bringen. Ja. Viertes Argument für eine Kapitulation. Eine wirtschaftliche Vernichtung sei nicht zu fürchten, weil die Entente kein Interesse daran habe und weil ein geknechtetes deutsches Volk eine stete Gefahr für die Wald sein werde. Oh. Deswegen habe ich die Stelle ausgewählt. Ja. Ne? Ja. Das ist die Annahme. Also, die Befehlwörter für diese Bedingungskapitulation denken halt naiv, dass die Entente schon will, dass das irgendwie weiter existiert. Ansonsten kommt der Bolschewismus, dass sie das auch erkennen. Ja. Ja. Das ist schlecht angenommen. Aber gut, aus heutiger Sicht kann man das immer sagen. Genau. Und jetzt kommt die Antithese. Die steht hier auch. Von Harry Greif-Kessler? Ja. Antithese. Eins. Ob die militärische Lage nicht zu bessern, Erfolge oder das Halten einer bestimmten Linie unwahrscheinlich oder ausgeschlossen. Also, ist das dann wirklich so, dass wir keine Chance mehr haben? Oha. Also, in meinen Augen hat gerade der Harry Greif-Kessler da reingeschrieben, dass er keine Ahnung von der Westfront hat. Ja. Man muss das dazu sagen, das ist nicht seine Meinung. Also, die diskutieren das wirklich. Er sammelt wirklich nur Positionen. Okay. Also, er stellt es in Frage, ob es wirklich so sei. Ne, er sagt, man muss es in Frage stellen. Okay. Und in Klammern steht Heft in Fragen. Also, er will eins seiner Kontakte dazu anfragen, weil er es gerade nicht weiß. Ah ja. Ah ja. Okay. Also, so ist der Zustand. Das ist noch nicht fix von ihm so gedacht, sondern es ist wirklich eine Frage, die er auch hat. Genau. Er sagt halt, okay. Also, ne? Bedingungslose Kapitulation macht Sinn wegen den vier genannten Annahmen. Und er sagt derzeit, okay, wenn wir das wirklich machen, müssen wir erstmal nochmal klarstellen, ob das denn wirklich so ist, was sich so einer meint. Sehe ich. Sehe ich ein. Zweitens, ob die Fronttruppen oder die Etappe stark bäuchivisiert sind und in gefährlicher Masse steigend werden. Also, auch das muss geprüft werden, ob die wirklich so relationär sind. Ich würde gleich das dritte Satz zu sagen. Ob unsere Feinde nicht durch gewisse Maßnahmen und Opfer sich spalten lassen. Was war die dritte These nochmal? Also, die sind nicht verknüpft. Es ist einfach, oder? War das die dritte These? Entschuldige, das musst du nochmal wiederholen. Ach so, die dritte These war das Argument, der nationalen Ehre wird abgelehnt, weil nicht die Ehre des Volkes, sondern die der Regierenden Kasse auf dem Spiel steht. Okay, und was war jetzt die Antithese nochmal? Die Antithese ist damit nicht verknüpft. Die betätigt sich eher darauf, dass sie Autoren Deutschland schon nicht zu sehr kaputt machen, weil sie kein Interesse daran haben, wenn alles kaputt ist. Ach so, und du meinst, also eine Antithese ist jetzt, dass die sich vielleicht auch nochmal untereinander spalten lassen können. Zum eigenen Vorteil, dass man nicht komplett das Blatt streckt. Ja, kann ich auch verstehen, dass man das so hinschreibt nochmal aufführt. Ja, das ist schon fast diabolisch. Und viertens, genau, und dann stellt er auch nochmal die nationale Ehre in Frage, ist der viertens, ob das nicht besser ist, die doch zu bewahren, weil das ist das, was das Volk zusammenhält. Man sollte das nicht so einfach aufgeben, den Stolz. Ja, die Zukunft vor 100 Jahren zeigt ja, dass dieser nationale Stolz schon eine nicht unwesentliche, nicht ein unwesentlicher Punkt war. Genau, fünftens, sagt er nochmal, vielleicht für die Entente, die Verarmung und Knechtung in Deutschland, das sollte man schon nochmal prüfen. Ja, ja, der Harald Greif Kessler und seine Glaskugel, also der, wenn er es jetzt auch erstmal nur als Antithese geschrieben hat, ist ja anscheinend nicht seine feste Meinung. Er sagt, er weiß es wirklich nicht. Aber er hat auch immer sehr gute und sehr objektive Gedankengegner auch. Und sektens, ob unter Umständen der Bolchewismus, wenn wir ihn auf die anderen Staaten übertragen könnten, nicht das geringere Übel für das deutsche Volk wäre. Das ist auch wieder so diabolisch. Das ist richtig diabolisch. Man merkt auch, dass er sehr flexibel ist, obwohl er Teil der Elite ist, Geld hat und gute Herkunft, ist ja offensichtlich bereit, sich unter Umständen mit dem Bolchewismus anzufreunden und den in Deutschland einzuführen. Und gerade, er sagt ja auch implizit, dass man vielleicht den nutzen kann, um sich dann wieder an die erste Reihe zu stellen vor der nächsten Revolution. Genau, also es sind ja, das muss man halt mal sagen, auch in Russland, was da passiert ist. Und klar gibt es da viele, die aus den unteren Schichten kamen, die sich nach oben gearbeitet haben und jetzt in vier Führungspositionen haben, aber grundsätzlich, wer ist denn da in der Elite? Natürlich die, die vorher auch irgendwie Bildung genossen haben und irgendwie auch das vorangetrieben haben, auch an der Parteispitze waren und so. Und das waren halt auch Leute von der Elite. Und klar, dem Harry Graf Kessler muss auch bewusst sein, selbst wenn hier der Bolschewismus kommt, ich bin die Elite, ich habe so viele Kontakte, irgendwie werde ich das überleben und mich irgendwie an die Spitze hochstellen können. Ne, denkt er total akademisch und abstrakt, das ist wie so eine Erörterung im Deutschinterricht früher, was er hier gerade macht. Ich hoffe, ich kriege das auch gut dargestellt, dass man, es kommt natürlich auch, jetzt kommt seine Meinung und auch seine Conclusion, seine Schlussfolgerung aus dem ganzen Gedachten. Und was kommt da? Zitat, in unseren Händen liegt das Erbe von Jahrtausenden deutscher Tote und die Zukunft einer der fruchtbarsten Gestaltungen menschlicher Gesittung. Hart und kalt, aber nicht bloß mechanisch rechnend muss der Kopf sein. Ja. Okay. Was siehst du da jetzt raus, Luis? Ja, also, dass man flexibel sein muss. Also, man kann, also, die bedingungslose Kapitulation ist eine Variante, die sogar Sinn machen kann. Man sollte nur genau wissen, was man tut. Ja, denn man darf es nicht einfach so. Keine Panik. Ja, man darf es nicht einfach so, man darf nicht einfach tausend Jahre aufgeben, so nach dem Motto. Man sollte einfach klar sein, dass, man sollte sich auch da ein bisschen wissen, was man macht. Ja, im Zweifelsfall vielleicht Harry Graf Kessler fragen. Das ist vielleicht die Meinung von Harry Graf Kessler. Okay, dann ist der jetzt im nächsten Abschnitt schon in Berlin? Ja, 27. Oktober, früh um halb zehn auf dem Anhalter Bahnhof. Ludendorff ist zur Disposition gestellt, ein Sturz aus ungeheurer Höhe wie Bismarcks, der einschneiden wird in alle künftige deutsche Geschichte. Weil Ludendorff ist jetzt zurückgetreten. Er sagt nochmal, Österreich ist ja abgefallen. Und jetzt kommt, es würde man denken, es wäre jetzt alles nicht genug, das geht doch hier so weiter. Und dann wird nochmal die ganzen Meldungen parallel besprochen, die dann zur Matrosen-Talzession führen. Jetzt kommt aber ein völlig neuer Aspekt hier rein, den ich auch vorher meinte. Polen. Ja, weil es gibt einen Typen, der heißt Pilsuditski. Ja, den habe ich hier auch am Anfang dieses Tagebuchs, habe ich ein Bild von dem. Das heißt, das war schon eine sehr wichtige Person in diesem Tagebuch? Der war schon damals, also tagesaktuell von vor 100 Jahren war das ein polnischer Held. Okay. Der hat auf den Seiten der Mittelmächte eine polnische Legion geführt, um halt Polen unabhängig zu machen, weil es gab damals vor 100 Jahren ja keinen Polen. Genau, das hatten wir da auch schnell gesehen, dass es da auch im Deutschen Reich sehr früh auch Bewegungen gab, da durchaus Polen jetzt vielleicht nicht komplett unabhängig vom Deutschen Reich laufen zu lassen, aber doch eine Verwaltung laufen zu lassen. Und was wir auch hatten, relativ früh auch, dass man erlaubt hat, in Schulen auf polnisch Unterricht zu geben zu lassen. Ja, genau. Und dieser Pilsuditski, der wurde dann von den Mittelmächten in dieses Marionettenpolen, das ist ja so eine Art Marionettenstadt für die Mittelmächte, integriert. Und der sollte dann in diesem Staat da eine führende Rolle einspielen. Und da gab es einen Eidkonflikt 1917. Und zwar, er hat sich geweigert, seine Truppen auf Kaiser Wilhelm II. zu vereiden. Okay. Und da haben sie ihn halt verknackt, in Magdeburg. War es ein politischer Gefangener? Ja, in Magdeburg. Und rat mal, wer diesen Typen aus kennt persönlich. Harry Graf Kessler. Ja, exakt. Und jetzt ist die Idee, weil, also wirklich, wir haben, wir haben halt zweimal, deswegen habe ich auch den Anfang mit Elsass Lothring dargestellt. Wir haben jetzt, also die sehen jetzt im Deutschen Reich, unsere Fälle schwimmen uns davon. Und die haben zwei Gebiete, wo sie wissen, da werden sie auf jeden Fall verlieren, wenn es zum Frieden kommt. Und die versuchen jetzt noch irgendwas zu retten. Und da ist Harry Graf Kessler bei beiden Themen parallel aktiv involviert. Eine ist Elsass Lothring. Es wird jetzt also versucht, Elsass Lothring als unabhängigen Staat, das entstehen zu lassen, weil sie wissen, bei einer Abstimmung verliert Deutschland. Wir wissen, wie das ausgeht, geschichtlich. Wir sagen nichts dazu, aber wir können, glaube ich, jeder weiß, wie es ausgeht. Zweitens, Polen. Die wissen auch, dass in Polen gibt es, es gibt eine sehr starke polnischsprachige Minderheit. Und dieses ganze Völkerbund und Selbstgestaltungskraft der Völker, von Mutrowitz, wenn man das zu Ende denkt, führt zu einem polnischen Staat. Und der liegt nun mal auf Gebieten von Österreich, Ungarn, Deutschland und Russland. Also ist es sehr vermutlich, dass auch Deutschland da irgendwie Kuchenstücke abgeben muss. Jetzt haben die aber, die Deutschen, den stärksten polnischen Held, der diese Nation vereinigen kann, bei sich im Knast. Aber wenn da ein politischer Gefangener ist, dann wurde der noch sicherlich vor einigen Tagen auch mit entlassen, weil doch vom Kaiser Wilhelm... Nee, der ist immer noch. Der hat, der hat, der hat, der, den geht es auch sehr gut. Der hat das, ich könnte es auch vorlesen, der ist in so ein Einfamilienhaus, da ein Quartier in Magdeburg in so einer Festung, hat da ein gutes Leben, aber der wurde nicht freigelassen. Weil Kaiser Wilhelm, der zweite, die haben es das letzte Mal gesagt, hat Amnestie erlassen gegenüber politischen Gefangenen, wo auch Karl Liebknecht übrigens rauskam. Der aber nicht, der bleibt. Weil der ist, also der ist ungefähr in der Liga von Nelson Mandela für Polen. Okay, das ist wie so ein Nelson Mandela, der im Knast steckt, ja. Und wenn der, der kam, sagen wir so, wir können auch sagen, der kam irgendwann mal nach Polen, ja. Und dann wurde er sofort bejubelt und das ist auch der erste, erste Staatschef von Polen, der Typ. Der hat dann auch 1920 den gleichen Krieg gegen Russland geführt mit Polen und er auch gewonnen. Also der ist wichtig, sehr, sehr wichtig. Und dieser Typ, der erste Staatschef von Polen, der auch damals, wie gesagt, ein Held war, der sitzt in Magdeburg und Harry Graf Kessler kennt den. Und was tut der jetzt? Der will den irgendwie befreien wahrscheinlich. Nee, die deutsche Regierung sagt sich jetzt Folgendes. Wie gesagt, ich hoffe, ich kriege das alles gut dargestellt. Die sagt sich jetzt, Polen kommt so oder so. Wie können wir jetzt hier irgendwie noch was reißen? Indem wir hier diesen großen Nelson Mandela lieber jetzt freilassen und dann mit denen auf gutem Fuß stehen. Aber, falls wir dies tun, müssen wir sicherstellen, dass er nicht gegen uns aktiv Krieg führt oder gegen uns aktiv geht, sondern neutral reicht uns schon. Die sagen, neutral ist schon okay. Lange der keinen richtigen Hass auf uns hat, keinen Wief auf uns, kann der da raus, weil es kommt sowieso in Polen und den Typ können wir einschätzen, der ist beliebt und vielleicht sind wir nicht ganz so verhasst beim neuen Nachbarn. Den kriegen wir sowieso zwangsläufig. Und man kann da noch ein bisschen mit rumzündeln, die haben ja auch Lenin nach Russland geschickt, die Deutschen. Also an der Stelle sind sie gar nicht ganz schön fähig. Und jetzt ist die Frage, jetzt muss ja einer hin, da nach Magdeburg und den auf den Zahn fielen. Ich ahne, wer das muss. Rat mal, rat mal, wem die Schickenheit nach Magdeburg. Also ich finde es halt witzig, dass die Harry Graf Kessler da hinschicken. Also Harry muss jetzt aktiv werden. Also der wird jetzt wirklich vom Kriegskabinett ausgesucht, überraschenderweise, da war eigentlich irgend so ein hoher Botschafter-Typi dafür vorgesehen. Und überraschenderweise wird halt Harry Graf Kessler, die Stelle habe ich hier auch irgendwo, wird halt Harry Graf Kessler ... Der wird ausgewählt, also direkt nach Magdeburg zu fahren und sich mit dem Typen zu unterhalten und zu sagen, ey, Keule, wir sind doch gar nicht so schlecht. Das wäre doch geil, wenn wir Nachbarn wären. Ja, genau. Also als Gesprächspartner, das ist die Einleitung von meinem Tagebuch, als Gesprächspartner war ursprünglich der Diplomat und Politiker Bogdang Graf von Huttenkapski vorgesehen. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Dann entschiegt man sich aber überraschenderweise, Kessler mit dieser politisch heiklen Mission zu behauen. Okay, jetzt gehen wir halt weiter. Also ich finde es halt ... Ich meine, der hat eigentlich einen ganz anderen Job. Und ich finde es halt interessant, dass der dann so den Job da abkriegt. Klingt auch so ein bisschen wie zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Und jetzt ist er halt in Berlin. Und das Thema Koch holt da lange vor sich hin. Ich will das jetzt aber, weil wir sonst einfach nicht fertig wären, das nicht im Detail alles nicht beschreiben, wie jetzt da die verworrenden Entscheidungsprozesse sind, dass er jetzt da irgendwie hinkommt. Also er kommt da hin. Genau. Und es ist passiv. Also er wurde da ausakurden zu. Er hat auch nicht dafür Werbung gemacht. Er hat nicht seinen Hintern extra hochgehalten. Nein. Der Hintern wurde ihm hochgehalten. Genau. Und zwar, 31. Oktober 1918. Zitat. Früh nach Magdeburg. Lokomotivendefekt. Halterfreie Strecke. Viel Verspätung. Mein, und dann zeichnet das Schreiben, lautet, Euer Hochgeborenen benachrichtige ich ergebens, dass der Herr Kriegsminister den Kommandanten der Festung Magdeburg ersucht, Ihnen morgen, den 31. Oktober, ungehindert ins Zutritt zu dem polnischen Legionär Pilsudski und einen freien Unterhaltung unter vier Augen zu gestatten. Und die wollten ihn erstmal mit der Mähne verknacken, weil die denken, der verarscht den. Ja. Und der ist halt dann dazugelassen worden. Und der hat dann so, sie bewohnen im ersten, genau, die sind unterhalb der Umwallung von der Festung Magdeburg in einem alten schwarzen Häuschen hinter einem Bretterzaun interniert. Sie bewohnen im ersten Stock zwei Schlafzimmer und ein gemeinsames Wohnzimmer. Kleinbürgerlich wie die Wohnung eines armen Studenten und trübe hinter vergitterten Fenstern. Ich ließ mich zu Pilsudski in sein Schlafzimmer führen und bat mich mit ihm allein zu lassen. Er ist, seit ich ihm in einem Unterstand am Komin während der Kämpfe bei Schrotter gealtert und geschrumpft. Nietzsche aber noch ähnlicher. Während der Dostoyevsky-Blick des Mystikers mir heute weniger auffällt. Das Auge ist härter und weltlicher als damals unter seinen Legionären. Vielleicht der böse blickt es einsam nach der Einzelhaft. Wird das ja lyrisch. Ja. Und was beraten die jetzt? Genau. Und jetzt sagen sie uns er stellt sich vor und er freut sich erstmal sehr zu sehen. Die haben wirklich ein sehr, sehr gutes positives Verhältnis. Die kennen sich halt. Man kennt sich. Warum auch nicht? Und Pilsudski. Wie er mir damals gesagt habe, das halte er heute noch aufrecht. Deutschland und Polen seien Nachbarn. Nachbarn vertrügen sich immer schlecht. Trotzdem seien sie aufeinander angewiesen. Vielleicht wäre es besser für die Polen, wenn die Deutschen ganz vertilgt würden. Oder für die Deutschen, wenn die Polen ganz verschwenden. Aber Millionen Völker vernichte man nicht. Und ebenso wenig könnten sie auswandern. Deutsche und Polen seien und bleiben Nachbarn. Beide brauchten nach dem Kriegen eine lange Ruhe. Daher wiederhole er, was er mir vor drei Jahren gesagt habe. Nach seiner Ansicht würde die jetzige Generation der Polen einen Krieg um Posen oder Westpreußen nicht führen. Da hat er also die Aussage, erstmal in den nächsten Jahren braucht man erstmal Ruhe. Da sind wir erstmal friedlich. Wenn die Entente ihnen diese beiden Provinzen schenke, würden sie nicht Nein sagen. Aber einen Krieg darum würden sie in der jetzigen Generation nicht anfangen. Klingt erstmal ehrlich. Ist ja schon mal eine Aussage, ne? Klingt erstmal nach einem Nachbarn, der die nächsten fünf Jahre, vielleicht auch zehn Jahre erstmal friedlich ist. Um einen Krieg zu führen, sei ein geordneter Staat, eine Beamtenschaft, ein Offizierskorps und eine ausgerüstete und ausgebildete Armee und eine eigene Industrie nötig. Alles das fehle in Polen. Ja. Okay. Wobei an ein paar Sachen schon gearbeitet wurde seit 1914. Ja, aber sagen wir mal so, der klingt so, als könnte man den erstmal arbeiten mit denen. Ja, klingt erstmal so. Aber gut. Stell dir mal vor, du bist hier der Obermufti von Polen. Man feiert dich. Also der Nelson Mandela Polens. Ich glaube, so anders kann man sich das gar nicht begreiflich machen, um was wir hier reden. Und dann kommt man zu dir und sagt, ja, wir würden dich vielleicht, also wir sind hier gerade voll am Abkacken. Und was hältst du eigentlich von einem freien Polen beziehungsweise von einem freien Südafrika? Würdest du jetzt Stress machen mit deinen Nachbarn oder so? Sagst du, nee, ach Quatsch. Wir lassen uns erstmal Bier trinken. Da muss man erstmal Infrastruktur aufbauen. Die nächste Generation, da passiert erstmal gar nichts. Aber so hat er das nicht gesagt. Ja, muss man aber trotzdem vorsichtig sein, dass man das so nicht sagen oder denken könnte. Ja, also, ja. Ist sicherlich für ihn noch eine schlaue Antwort. Nur ich meine, dieses Tagewerk hat Harry Graf Kessler ja für sich geschrieben, um später seine Memorien zu schreiben. Es ist stark davon auszugehen, dass das, was hier steht, nach seinem Glauben die Wahrheit darstellt. Ja, wobei auch ein Harry Graf Kessler in das Licht gefühlt werden kann. Ja, nach seinem Glauben. Aber gut, es denkt so erstmal nach einem Typen, mit dem man arbeiten kann als Nachbarn. Ich bin der Meinung, von allen Zeitgenossen ist Harry Graf Kessler der geeignetste, um vor diesem Treffen die Wahrheit zu sagen. Wir haben gesehen, dass seine Glaskugel durchaus klarer ist als die von manch anderem. Sie reden auch nochmal über die Situation in Polen. Je längere unsere Okkupation mit ihrem heutigen Methodendauere, also die Okkupation der Deutschen in Polen, umso mehr werde der Borchämismus wachsen. Denn dieser entstehe, wo zur wirtschaftlichen Not politische Unzufriedenheit hinzutrete. Die politische Missstimmung werde aber durch unsere Okkupation fortdauernd vergrößert. Harry Graf Kessler angegnet, wenn wir unsere Truppen hinauszögen, müsse erst Ersatz da sein. Wie lange brauche er, um eine Armee aufzustellen, die die innere Ordnung aufrechterhalten könnte? Antwort von Pluditsky, einige Monate. Oh, super. Das ist mal eine gute Schätzung. Ich wollte nur sagen, man liest hier sozusagen, wie ein Staat entsteht. Wir machen jetzt hier mal einen Staat und wie macht man das? Und dann geht man zu diesen letzten Mandela-Typen und fragt mal nach, wie sein Plan ist. Ja, man fragt erst mal, kannst du da überhaupt Beordnung schaffen? Brauchst du, sollten wir uns langsamer zurückziehen als so und so viele Monate? Brauchst du mehr Zeit? Sollen wir dir Zeit geben? Okay, und was reden Sie noch? Das war es jetzt erst mal. Also die, ich kann auch sagen, die treffen sich wieder, die reisen auch gemeinsam nach Berlin. Das kommt aber erst zu einem anderen Tag. Da muss ich auch noch mal gucken, was wir da bis zum 11. Ich sage es jetzt einfach, weil wir sind jetzt eh am Ende hier in dieser Reihe. Kessler holt ihn später ab. Das ist jetzt aber nicht in diesen zwei Wochen, bringt ihn nach Berlin und sendet ihn dann von Berlin nach Polen. Und da wird er willkommen geheißen. Er wird dann erster Staatspräsident. Und rate mal, wer erster Botschafter und Gesandter in Polen wird. Boah, jetzt sagt nicht Harry Graf Kessler. Doch, Harry Graf Kessler. Ja, das passiert auch alles noch dieses Jahr. Also sehr, sehr schnell. Sehr schnell lebe ich die Zeit. Also da, auch heute ist es heute ist es da ein bisschen fast schon entschleunigt zu dem, was da passiert. Genau. Und das werden die eben nicht mehr abdecken können unseren Folgen. Leider, leider. Deswegen mache ich jetzt doch mal die Glaskugel auf. Warum das halt so wichtig ist. Und so ist Polen entstanden. Mein Harry Graf Kessler hat jetzt persönlich nicht die Entscheidung herbeigeführt, dass der entlassen wird. Er hat auch nicht da irgendwas inhaltlich dran entscheiden gestaltet. Aber er war der Typ, der den da abgeholt hat. und mit dem nach Berlin gefahren ist und den in den Typen in den Zug nach Warschau gesteckt hat. Er persönlich. Man geht nicht einfach so nach Magdeburg ins Gefängnis und redet mit dem nächsten Staatsoberhaupt von Polen. Oder man hat, sei denn man heißt Harry Graf Kessler. Nein, sei denn man heißt Harry Graf Kessler. Okay. Den Höhepunkt der Freude erreichte Pilsudski, als ich in Tefa sprach. Er hätte mich fast umarmt. Löste sich ganz auf in Fröhlichkeit. Ja, und spät nach Berlin zurück am 8 Uhr heute Abend wird ganz offen gesagt, das Kriegskabinett habe sich mit der Ablenkung des Kaisers befasst. Ende dieses katastrophalen Monats Oktober. Des schwärzesten der deutschen Geschichte. Bam, 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 bam. Ich habe jetzt noch drei Meldungen, die ich vorlesen würde. Wäre das okay? Weil es schon echt wieder ein Tool ist. Wir sind ein Podcast. Wir sind nicht an einer bestimmten Zeitbegrenzung verknüpft. Also er trifft sich auch in Berlin wieder mit ganz, ganz vielen Leuten. Ich überstreite so viel. Er trifft sich unter anderem mit einem Magnus Erzberger. Erzberger ist wirklich einer der vergessenen Helden, finde ich, der Geschichte, weil der Typ, also man muss sich das vorstellen, die Armeeführung merkt, okay, der Krieg ist verloren, aber sagt das erst viel zu spät und überlässt dann der zivilen Regierung innerhalb von wenigen Tagen irgendwie Frieden zu schließen und da hat man halt diesen panischen Frieden, den panischen Samtbruch und da muss jetzt irgendeiner aus Berlin dann später nach Frankreich fahren, ich mache auch wieder die Glaskugel auf, weil der Podcast sich eh in den Ende zuneigt erstmal fürs nächste Jahr und irgendjemand muss jetzt als Leiter da hingehen und die beschissene Aufgabe wahrnehmen. Und das Unterschreiben, sein Auto darunter setzen. Und sein Auto darunter setzen wird auch von allen gehasst und dieserjenige wurde auch später von Nazis feige ermordet und das ist dieser Erzberger. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt in irgendeiner Folge, ich bin mir gar nicht sicher. Der ist auch im Reichstag irgendwie, da gibt es auch einen Gedenkstein oder irgendwas im Reichstag ist noch eben benannt, weil er halt als einer der tragischen Figuren der deutschen Geschichte, er wurde von allen verhast, weil halt auch sein Name da mit diesem Versaller Frieden in Verbindung steht und er war sich dessen auch bewusst und hat quasi, er hat wirklich da ehrlich, zumindest nach der Quellenlage, die ich kenne, sah auch seinen Ruf da ruiniert und weil er gesagt hat, jemand muss jetzt hier den steinigen Weg gehen und er muss es machen und er hat seinen Arsch hingehalten. Das Novemberverbrecher, das Stichwort, wurden diese Leute damals bezeichnet. Ja und er ist dafür in den Kopf und ist dafür gestorben wenige Jahre später. Ja. Und die Täter wurden nicht verurteilt. Finde ich auch, das ist ein großes Verbrechen in der Geschichte, also die Leute damals als Verbrecher zu bezeichnen. Und das sind auch die wirklichen Helden, also nicht die, also der ist auch wesentlich heldenhafter als das, was man dann, also das, was man zeigen lassen wie der Rote Baron oder ob ich die generelle, sondern der, der musste in der Lage, wo es nichts zu gewinnen gab, hin, ja, und dann wirklich wissentlich, dass das, was er da unterschreibt, ihm massive Probleme macht, hat sich nicht krank gemeldet, sondern er ist halt da hin und hat halt dann die Verantwortung auch übernommen. Also er konnte nichts für den Krieg, aber er hatte halt sein, sein hohes Beamtengehalt dann als, und halt die, und die Befehle der Regierung, er wurde von der Regierung hingeschickt, die Befehle der Regierung umgesetzt. Ja, so viel Führungsstärke würde man sich von manch anderen Politiker derzeit auch mal wünschen. großer Typ, ja, 2. November, Berlin. Er hat telefoniert mit einer F.G. wer auch immer das ist, die Arbeiter würden sich heute ruhig verhalten. Sie legen um 1 Uhr die Arbeit nieder, wollen erst zum Muttern essen gehen und dann um 3 Uhr nachmittags auf die Straße steigen. Eine gemütliche Art, den Kaiser abzusetzen, denn darum geht es. Also, wann war das jetzt, am 2.11.? Am 2.11. Das ist ja perfekte Glaskugel, aber da war halt die Stimmung dann sicherlich schon so aufgeheizt. Aber das ist Sipi Scharika Kessler wieder, eine gemütliche Art, den Kaiser abzusetzen. Und ich meine, er ist halt live dabei, der ist ja noch Kaiser. Das ist schon wieder so 5 Stufen Feuer gedacht. Okay, 3. November, das ist der Tag von vor 100 Jahren. Heute vor 100 Jahren. Richtig, wenn die Folge erscheint, wenn ihr das an dem gleichen Tag hört. Die Proklamation des Kaisers an den Kanzler vom 28. Oktober ist heute Morgen veröffentlicht worden. Zitat, er bekennt sich darin ohne Einschränkung zur Demokratisierung und Parlamentarisierung, tritt den letzten Beschlüssen der Volksvertretung bei, in dem festen Willen, was an mir liegt, in ihren vollen Auswirkungen mitzuarbeiten, überzeugt, dass ich damit dem Wohle des deutschen Volkes diene. Das Kaiseramt ist Dienst am Volke. Jetzt sagt Tarek Kessler, das war jetzt die Aussage von dem Kaiser, nach den frühen flammenden Worten wirkt diese plötzliche Bekehrung würdelos und lächerlich. Wer soll einem solchen Mann überhaupt noch glauben? Ein mit Entlassung bedrohter Lakai würde sich nicht anders benehmen. hohohohoho also das ist wirklich das ist heftigste Kritik an den Kaiser. Den Kaiser als ein Lakai zu bezeichnen, also das ist ja da ist ja wirklich gar keine Würde mehr von Ari Graf Kessler an den Kaiser. Der hat ja 30 Jahre lang den Sebel gerastet und gesagt, hier Deutschlandsplatz an der Sonne, der hat Truppen nach China geschickt und gesagt, keine Gefangenen zu machen und der hat halt richtig immer einen dicken Lenz markiert. Und jetzt ist halt die Kacke am Dampfen und das Volk schreit zur Demokratisierung und er ist halt wie so ein Dackel, den man auf den Schwanz getreten hat, ne, ähm, sagt halt, in dem festen Willen, was an mir liegt, in ihrer vollen Auswirkung mitzuarbeiten, überzeugt, dass ich damit dem Wohle des deutschen Volkes diene, das Kaiseramt des Dienstes am Volke. Ich meine, wenn du in 30 Jahren einen dicken Hund gemacht hast und gesagt hast, hier, ich bin ja der große Herrscher, Abstammung einer Dynastie, Herrscher Gottes Gnaden und Deutschland ist jetzt dazu bestimmt, die Welt zu regieren, ich meine, ich hab's bewusst sehr vereinfacht, jeden dieser Satze kann man zerlegen, ähm, ich möchte nur einfach, einfach darstellen, was, was ist, dass das überhaupt nicht zusammenpasst und dass das sehr unglaubwürdig ist und sehr, sehr schwach wirkt. Und also, man erkennt jetzt aber auch schon, Herr Rieger Fressler hat da auch schon, der hat die Schnauze voll, der hat gebrochen auch schon mit dir. Der hat gebrochen, ja. Der würde ja auch später dann der rote Baron genannt, also der bricht jetzt auch komplett, der war ja am Anfang kriegsbegeistert und der ändert sich total nochmal und und passt sich an und der ist auch bekannt als ein Befehlwörter der Weimarer Republik. Herr Rieger Fressler. Ja, später dann, nicht jetzt. Wird als roter Baron bezeichnet. Ja, ja, ganz Spitzname, der ändert sich nochmal total, der ist ja auch von dem Bolschewismus mindestens intellektuell, denkt ja schon drüber nach, dass das vielleicht keine dofe Idee ist, obwohl er noch nicht, obwohl er eher mehr Angst hat, als er hat davor, aber ja. Ja. Jetzt Noch zwei letzte Sachen, dann ist das hier wirklich durch. Nachmittags unter den Linden, alles ruhig. Nur die übliche Menge von Sonntagsspaziergängern. Von den angesagten Umzügen war nix zu sehen. Abends gehen aber die Gerüchte, dass morgen die Revolution anfängt. Die Nervosität und Erwartung, dass etwas Ungewöhnliches geschehen werde, ist in allen Kreisen groß. Der einzige Trost ist, dass wir in dieser furchtbaren Katastrophe, nee, der einzige Trost ist, dass was in dieser furchtbaren Katastrophe zugrunde geht, das ist, was sich seit 30 Jahren allem Neuen und Keimenden in Deutschland entgegenstemmt. Also, neues, junges Leben, das ist, das schon vor dem Kriege kräftig wuchs und jetzt als neues Deutschland reifen kann. Vielleicht ist nur die Hülle gefallen, wenn nicht tödliche Bedingungen uns gestellt werden oder die innere Umwälzung auch die neuen Keime mit vernichtet. Und damit möchte ich den Teil jetzt wirklich schließen, weil ich finde, das ist genau das, was wir vor 100 Jahren, da habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir können einfach mal Harry Graf Kessler dieses Wort lassen. Und wir hoffen einfach mal, dass die Revolution nicht alles kaputt macht und dass die Entente nicht sozusagen tödliche Bedingungen in einen Frieden stellt, weil wenn beides nicht passiert, gibt es Hoffnung. Ansonsten hat die Welt ein Problem. Und damit ist die 99. Folge, die Schnappzahl-Folge von vor 100 vorbei und es bleibt noch eine Folge in acht Tagen. Und dann ist wirklich Schluss. Das ist unser Ernst. Und ich muss auch sagen, ich bin auch ganz zufrieden, dass wir das so durchgezogen haben für vier Jahre. Ich schließe mich dem an und ich sage jetzt schon mal, Folge 100 wird etwas länger gehen. Und ich sage jetzt schon mal, denn ich conferde mir dann, oder ge 잠ge mir das mit weave. Vielen Dank.